Action. So jetzt das Kanal Intro. Hallo Freunde. Heute zeigen wir mal was schönes, was ich bekommen habe von dem guten Kumpel Lussi. Und vielleicht kann jemand von euch mal erklären, von wann oder was das ist. Das sind sehr kleine Gürtelschnallen und der Kollege wird gleich mal eine Aufnahme machen vielleicht. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was das ist genau. Oder wie und wo das getragen wurde und wann vor allen Dingen. Und da habe ich mich jemals darüber gefreut, Grüße gehen raus an Lussi, dass ich das bekommen habe. Ich verteidige mich darüber gefreut. Ihr wisst ja alle, ich sammle allen möglichen Gratsch. Demzufolge Militärsachen. Man muss ja auch nicht immer wissen, was es ist. Und trotzdem kann man solche Sachen interessant finden. Und ich hebe die halt schön auf. Die kommen vielleicht draußen in die Vitrine. Und jedenfalls freue ich mich über so eine Geschenke. Das war es eigentlich schon. Schreibt was lustiges in die Kommentare. und...